Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Die Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, bauen, legt die Gewehren, legt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Träume her, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neule, roten, wandern wir allein auf jeden Land, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.